Ich habe heute das Vergnügen, in dieser Serie Herrn Professor Roland Wielen vorzustellen. Herr Wielen ist Astronom und er ist ein Fachmann für Sternsysteme, das heißt Sternhaufen, Galaxien und deren Untersysteme und zu diesem Thema hat er eine ganze Reihe von sehr wichtigen Beiträgen geliefert. Herr Wielen ist geboren in 1944, 1938, Entschuldigung, in Berlin und er ging dort auch in die Schule und hat in Berlin an der Freien Universität auch Physik studiert. Und das Physikstudium 1962 mit dem Diplom abgeschlossen. Er hat dann das nächste Mal weiter an der Freien Universität Berlin gearbeitet und unter anderem das Rechenzentrum der Freien Universität damals beaufsichtigt. 1963 kam Herr Wielen dann nach Heidelberg und zwar an das Astronomische Recheninstitut, wo zu seinen Tätigkeiten wiederum die Betreuung des Rechenzentrums gehörte, des ARIS, des Astronomischen Recheninstituts, das damals gleichzeitig als das Rechenzentrum der Universität Heidelberg fungierte, das aktuelle Rechenzentrum, wo er erst viel später gegründet wurde. Hier in Heidelberg hat Herr Wielen dann auch in Astronomie promoviert 1966 und sich habilitiert 1969 und er hat dann als Privatdozent und APL-Professor an der Lehre hier intensiv teilgenommen und während dieser Zeit bis 1978 hier unterbrochen von einem Gastaufenthalt an der Universität Nizza und einem Lehrstuhlvertretung in Hamburg. 1978 ging er dann wieder zurück nach Berlin, aber dieses Mal nicht an die Freien Universität, sondern an die Technische Universität als Ordinalius für Astrophysik und Astronomie. Und als Leiter des Instituts für Astrophysik an der TU. 1985 kam er dann erneut nach Heidelberg, um hier den Lehrstuhl für theoretische Astronomie, den es damals in dieser Form gab, zu übernehmen und die Leitung des Astronomischen Recheninstituts, wo er schon früher gearbeitet hat. Und dieses Mal blieb uns dann Herr Wielen wirklich in Heidelberg erhalten. Er hat dann hier bis zu seiner Emeritierung 2004 gearbeitet. Was er hier alles gemacht hat und was der Hintergrund dieses akademischen Pendelverkehrs zwischen der Spree und dem Neckar war, wird er uns jetzt selbst erzählen. Vielen Dank für die Freundsee-Einführung und überhaupt für die Einladung. Hier sehen wir schon das Thema. Ich will also im Wesentlichen über meinen astronomischen Berufsweg reden und was ich da so gemacht habe, wo ich war und wen ich dabei kennengelernt habe. Also Sie sehen schon hier die Ankündigung, es sind im Wesentlichen nur zwei Orte, wo ich war, aber da bin ich in der Überhaupt zwischen Berlin und Heidelberg. Sie sehen es hier nochmal in der Übersicht. Also ich bin geborener Berliner, 1938 geboren, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe auch erst einmal in Berlin studiert und dort auch schon ein bisschen gearbeitet bis 1963. Ich bin dann hier nach Heidelberg gekommen, 1963 und war mein 15 Jahre hier, also so kurz war das nicht. Und bin dann nach Berlin berufen worden, 1978, war dann sieben Jahre in Berlin und bin dann wieder nach Heidelberg zurückgekommen, 1985. Sie sehen also wie so ein kleines Ping-Pong-Spiel, klingt das hin und her. Über andere Zwischenstationen würde ich nicht über die Frau hier sprechen. Jetzt zu meiner astronomischen Karriere. Ich begann als kleiner Junge mit einem gewissen Ohm, würde man heute sagen, oder Vorzeichen. Ich wurde nämlich, als ich so acht und zehn Jahre alt war, in Berlin in das Gebäude des Astronomischen Recheninstituts, das sich in Dahlem befindet, eingeladen. Und zwar zum Abendessen. Wenn Sie sich fragen, wie kommt es, dass da ein kleiner Junge zum Abendessen eingeladen wird? Das Astronomische Recheninstitut, ich spiele noch heute, war ja schon 1945 nach Heidelberg verlegt worden. Das Gebäude war von den Amerikanern geschlagnahmt worden und zu einem Offizierscasino gemacht worden. So einer schönen Leuchtreklame, Club-Melodie. Aber die Regierung der Amerikaner hatte die Idee, die deutsche Bevölkerung müsste unerzogen werden. Auf Demokratie und westliche Werte. Fachausdruck war damals Re-Education. Und dazu wurde in West-Berlin, in dem amerikanischen Sektor, wurden Jugendclubs gegründet. German Youth Clubs, da war ich drin. Und da wurde man also erzogen zur Demokratie, mit Sprüft und Wort. Und die Höhepunkte aber für uns damals waren eben solche Abendessen. Ab und zu wurde der Club eingeladen, entweder in der Kaserne zum Abendessen oder hier am Einem Offiziersclub. Also das war natürlich eine Sensation für einen Jugendlichen, denn das war ja von 1945 bis 1950 eben Hungerzeit. Denken Sie an die Blockadezeit in Berlin, 1948, 1949. Also das war besonders bemerkenswert. Ich selber muss gestehen, habe damals natürlich den astronomischen Hintergrund gar nicht mitgekriegt. Für mich war das kein Tempel der Astronomie, sondern, dass ich nicht das Wortspiel mache, sondern ein Tempel der Gastronomie. Es war also ein Gourmet-Tempel. Und erst später ist mir klar geworden, dass, als ich hier schon am Astronomen Recheninstitut war, als ich wieder rückwärts sozusagen schaute, dass ich ja da in dem alten Gebäude da herumspaziert bin. Aber meine wirklichen Schritte jetzt zur Astronomie. Wie kommt ein Mensch zur Astronomie? Ich glaube, die meisten sind auch durch regulärwissenschaftliche Schriften zur Astronomie gekommen. Ich auch. Meine Eltern hatten eine große Bibliothek und eine Zeitschrift der Kosmos. Meine wirkliche Bibel war ein Buch von Bruno H. Bürgel. Ich war damals ein ganz guter Schriftsteller in dem Gebiet aus fernen Welten. Wird heute kaum noch jemand kennen, aber es war damals also das Buch, was man studierte. Schon als Schüler in 1954 wurde ich Mitglied der Wernstorsterstern hatte. Das war ein Verein, der eigentlich Volksbildung machen wollte, aber ein sehr hohes Niveau hatte. Insbesondere gab es jeden Mittwoch einen wissenschaftlichen Vortrag. Und man fragt sich natürlich, warum war das so hoch, das Niveau? Es gibt ein Stichwort dafür, klingt komisch, aber so war es, Westgeld. Der Verein war relativ finanziell gutgestellt, weil der Senat von Berlin ihn unterstützte. Und betrug das Honorar für einen Vortrag, 100 Westmark damals. Und das war schon für einen Westberliner eine ganze Menge, aber für Leute aus der DDR, also die ganzen großen Sternenraten lagen ja am Rande von Berlin, in Babelsberg, in Potsdam. Die drängten sich natürlich quasi, danach dort einen Vortrag zu halten, denn entweder konnten sie 100 Westmark im Westen ausgeben oder sie konnten es in einer Wechselstube umtauschen. Da war der Kurs 1 zu 6, dann hatten sie 600 Ostmark. Das war mehr als ein ganzes Monatsgehalt eines Astronomen in der DDR. Und insofern kriegte ich auch schon gute Kontakte, von daher, Sie sehen es hier unten, ich wurde dann mehrfach eingeladen, schon als Schüler zum Astrophysikalischen Observatorium. Und habe viele Leute kennengelernt, die später hier im Westen waren. Ich würde Ihnen vielleicht nicht mehr so viel sagen, aber zum Beispiel Sonnenphysiker. Da meinte ich Herrn Schröter, Herr Schröter war später Direktor vom Freiburger Institut. Ja, was habe ich als Schüler noch so gemacht? Damals gab es sowas, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, konnte man so eine Jahresarbeit im Gymnasium, das war so eine Art Mini-Diplom-Arbeiten, die habe ich gemacht, über Warnbestimmung, visueller Doppelstern. Ich erwähne es deswegen vor allen Dingen, weil ich gleich noch weiter rauskomme. Höhepunkt meiner Schülerlaufbahn war, 1956 durfte ich als Gastteilnehmer an der Tagung der Astronomischen Gesellschaft in Hannover teilnehmen. Das war für mich natürlich außerordentlich wichtig und interessant. Für meine Mitschüler und auch meinen Verwandten war das aufregend so, dass ich deswegen eine Woche schulfrei bekam, was also viel auffälliger war als alle Wissenschaft. An der Sternwarte konnte man auch beobachten, ich zeige Ihnen mal das nächste Bild, weil die meisten nicht nur, halt, mach ich mal noch falsch rum hier, nur als reinen Theoretiker kennen. Ich habe also auch von Fernrohr eingefasst und da beobachtet. Na, Kur zum Beispiel war eine Spezialität und fotografische Beobachtung von Doppelstern, nach einer Beziehung von einem Herrssprung, auf den ich gleich kommen werde. Als ich studieren wollte, war natürlich die Frage, eigentlich wollte ich Astronom werden, aber in Westberlin gab es keine Astronomie. Also musste ich mich mit der theoretischen Physik begnügen und ordinarisch damals war Herr Ludwig. Ich vielleicht kenne einige von Ihnen die Lehrbücher der theoretischen Physik von Herrn Ludwig, aber auch Bücher über Quantenmechanik. Wie hieß er natürlich? Ludwig. Ah, Ludwig, ach, da unten, da unten, das habe ich nicht gesehen. Ja, Günter Ludwig, er ist dann später nach Marburg gegangen, hatte zum Beispiel Herrn Grossmann mitgenommen, den die meisten von Ihnen dann eher kennen werden. Und es war auch ein wissenschaftlicher Rat, der war auch noch Portius. Und für mich war das Interessante daran, der Herr Ludwig war ein Schüler von Jordan. Pascal Jordan, Pascal Jordan, Pascal Jordan hat ja nicht nur Quantenmechanik gemacht, er hat auch eine, da klingt ein bisschen komisch sprachlich, verallgemeinerte, allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt. Nämlich die sogenannte projektive Relativitätstheorie, wo man in fünf Dimensionen arbeitet und das dann runter auf vier projiziert. Die Spitalität aber der Theorie war vor allen Dingen, es wurde ein zusätzliches skalares Feld eingeführt, was der Herr Jordan identifizierte mit der Gravitationskonstanten. Dadurch konnte die Gravitationskonstante räumlich, das war weniger wichtig, aber vor allem zeitlich variieren. Und die Idee von Herrn Ludwig und Herrn Just war, man könnte doch vielleicht, wenn man sich in große Entfernungen begibt, kosmologisch arbeitet, vielleicht einen Unterschied feststellen zwischen der jorlandischen Theorie und der ganz normalen einsteinschen Theorie. Und deswegen starteten Herr Ludwig und Herr Just ein Drittmittelprojekt mit dem schönen Titel Castering of Galaxies. Und da durfte ich mitmachen und im Rahmen durfte ich auch meine Diplomarbeit schreiben mit einem eigentlich astronomischen Thema, zeitliche Leuchtkraftänderung an Galaxies. Sie werden sich vielleicht wundern, warum ist der Titel in Englisch, wo es doch eine deutsche Universität war und damals war das noch nicht so üblich, sich da mit englischen Titeln zu schmücken. Und das liegt daran, dass der Drittmittelgeber, wenn Sie jetzt ganz erstaunt sind, die US Air Force war. Da fragt man sich natürlich, was kann die US Air Force denn um Gottes Willen mit Clustering of Galaxies anfangen und Antwort ist natürlich gar nichts. Das war eine reine finanzielle Unterstützungsaktion für die freie Universität, die damit aufgebaut werden sollte und wissenschaftlich Prestige gewinnen sollte. Also ich habe da, von der Sache hier war das auch insofern interessant, es kamen damals gerade sehr viele neue Daten über Galaxienhaufen auf den Markt sozusagen. Der wichtigste Katalog ist von einem George Bell, einem Amerikaner, über Rich Clusters of Galaxies und das basierte auf den Paloma Sky Survey Fotoplatten, die er da durch Mustert hatte. Also diese hatte man, aber auch an der Licksternwarte wurde die galaktische Nordkappe fotografiert und in kleinen Feldern ausgezählt, 10 mal 10 Nomen Minuten. Und all das Material hatte man und das wurde also jetzt verarbeitet im Blick auf Korrelation und alles was man da machen konnte. Dazu musste man vor allem Rechenmaschinen einsetzen, da komme ich gleich noch drauf. Das war also sozusagen der Start meiner Karriere in Astronomie, aber offenbar war ich nicht ausgelastet, denn ich habe noch die Rechenmaschinen, an die ich dann ran durfte, eben missbraucht, um Warnrechnungen visueller Doppelsterne zu machen mit den Rechenmaschinen. Da komme ich jetzt auf einen Punkt, auf den ich immer ganz stolz bin. Das führte dazu, dass sie eine ganz umfangreiche Korrespondenz mit Herrn Hertzsprung führen konnte. Wer von Ihnen auch noch ein bisschen mit Astronomie in Berührung gekommen ist, weiß, dass die Astronomen das Hertzsprung-Rassel-Diagramm lieben. Also ohne Hertzsprung-Rassel-Diagramm geht da fast nichts. Das ist wie bei Kernphysikern, die ihre Nukleid-Tabelle hinter sich hängen haben müssen oder Chemiker mit Elementensystem. Hertzsprung hatte das schon in 2005 angefangen zu entwickeln, eine amerikanische Rasse, hat vor allem dann an der Theorie des Diagramms mitgearbeitet. Und er war also ein damals schon legendärer Astronom. Ich würde mal behaupten, hätte es damals einen Nobelpreis für Astronomie gegeben, hätte Herr Hertzsprung den sicher gehabt. Also jedenfalls war er in dieser Kategorie. Hier ist ein Bild von Herrn Hertzsprung. Er war damals, als ich mit ihm Kontakt bekam, schon weit über 80 und trotzdem aber noch sehr geistig fit und aktiv. Man fragt sich jetzt, was kann den Herrn Hertzsprung als Kuhnmann bewegen, da mit einem Studenten im neunten Semester wissenschaftlich zu korrespondieren. Dann würde man erst mal sagen, es wäre merkwürdig. Stellen Sie sich vor, ein Physiker würde im neunten Semester, hätte damals, weiß ich nicht, dann Heisenberg oder Lauer oder Rath groß von ihr, wäre sicher kaum denkbar gewesen. Der Hintergrund war folgender. Herr Hertzsprung, der dankzeit Mitarbeiter von Karl Schwarzschild war, erst in Göttingen, dann in Potsdam, hatte er vor allem im Potsdamer Großen Refractor eine Methode zur Beobachtung fotografisch von visuellen Doppelsternen entwickelt. Dazu wurden auf einer Fotoplatte ganz kurz hintereinander kunstbelichtete Aufnahmen des Doppelsterns gemacht. Und die wurden später ausgemessen. Das waren also 100 Aufnahmen auf der Platte. Und die Idee war, dass man die Luftunruhe, das Siegen, wie das, damit weitgehend weggemitteln kann. Und man konnte auch sich gute Bilder aussuchen oder schlechte. Und man erreichte damit Genauigkeiten, die für damalige Zeiten utopisch waren, nämlich ungefähr tausendstel Bogensekunden. Das hat erst der Pankosatellit wieder geschafft. Das liegt daran, dass die Methode noch viel komplizierter war mit Objektivgittern und Filtern und so weiter beschreiben. Effekt war jedenfalls, mit großen Refractoren, und ich glaube, es gibt heute noch relativ viele, hat man dann plötzlich, nachdem Herr Hertzsprung die Methode entwickelt, hatte viele Platten aufgenommen. So weit, so gut. Aber dann kam das Nadelöhrmüll, man müsste die auch auswerten, diese Platten. Und das war sehr schwierig, weil man die großen Platten mit sehr großer Genauigkeit über große Felder messen musste. Und insofern stapelten sie in den Sternenraten die Platten und wurden nicht ausgemessen. Wurde zwar immer gesagt, der Mut ist also haben, nicht wiederholbar und so. Aber man müsste sie auch ausmessen. Und Herr Hertzsprung war später Direktor der russländischen Sternenrat in Leiden. Und als er am Ende des Zweiten Weltkrieges notiert wurde, ging er nach Kopenhagen zurück. Und in einem Vorort von Kopenhagen zu lösen, hat er sich ein kleines Institut aufgebaut, mit Unterstützung der Carlsberg-Stiftung. Das ist diese Brauereistiftung in Dänemark. Und hatte dort also Messmaschinen hinbekommen und Assistenten und konnte das ausmessen. Dann kam das nächste Problem. Und plötzlich kam eine Menge von solchen Resultaten auf den Markt. Aber keiner nahm die richtig ab. Denn die älteren Astronomen waren gewöhnt, mit der Hand ihre Waren zu rechnen und konnten gar nicht so viel verbrauchen. Und da war ich eben einer der Abnehmer, die in den Rechenmaschinen jetzt beliebige Mengen davon verarbeiten konnten. Zusätzlich war er natürlich vor allem daran interessiert, was ich ihm zurückschickte, war ein riesiges Stapel von Computerausdrucken, wo er sehen konnte, wie genau die Beobachtungen mit meinen Waren übereinstimmen. Wir nennen das hier Residuen. Und er konnte daraus sehen, welche Sternwarte kann eine gute Beobachtung machen, welche ist die beste Messmethode und so weiter. Und insofern bin ich froh, mit ihm zusammengearbeitet haben. Einen ganz guten Brief will ich Ihnen hier teilen, weil ich Ihnen lesen kann, an der Nachtsprung. Auf dem 10. Semester schreibt er also den Herrn Roland Bier, dass er den gerade schickt. Und dann kommt er in der Rücktrittung. Und da kommt eine lustige Bemerkung, er fragt sich, ob ich denn ein Physiker sei, der sich für Astronomie interessiert oder umgekehrt. Ich meinte, das war eben nicht ganz klar, ich mache die Astronomie, aber dann in der theoretischen Physik. Und wie ich dann überhaupt an die Literatur reinkam, der hat schon kannte sehr gut die Verhältnisse dort, dass eigentlich alles im Osten war und da nichts hatte. Also jedenfalls bin ich stolz, mit so einem Wunsch mal programmiert zu haben. Es entstand darauf, ich habe also Unmengen von Bahnen gerechnet, nur wenige konnte man produzieren. Ich war stolz darauf, war meine erste Wohlfahrer, in einem amerikanischen Journal, also Automatik-Bundes, das ist Automatik-Börne, Arbeit noch geschrieben als Student, kurz nach meinem Diplom erschienen, über Automatic Orbit Computation. Automatik bezieht sich darauf, dass man damals die Rechenmaschinen oft Rechenautomaten noch nannte, weil Rechenmaschinen waren sowas mit Kobeln und sowas. Also das ist hier erschienen und war meine erste wirklich größere Arbeit. Ja, da ich an den Rechenmaschinen arbeitete, wurde man automatisch ein kleiner EDV-Spezialist, denn es gab eben noch nicht Programmierer, Operators oder sowas. Aber man musste es selber machen. Die erste Maschine, wenn wir auf die Uhr gucken, wenn ich mich nicht beteiligt, kann es falsch liegen, war eine IBM 650. Das war noch eine Röhrenmaschine, die war in Berlin die größte Maschine, die überhaupt zur Verfügung stand. Und sie gehörte dem Berliner Finanzsenator. Und da kann man auch wieder eine kuriose Geschichte erzählen. Die Maschine stand dort und wurde benutzt, aber um 17 Uhr gingen die Finanzbeamten nach Hause und die Maschine stand bis zum nächsten Morgen still. Und da kam der Herr Ludwig, mein Chef, auf die gute Idee, die könnte man doch eigentlich verwenden. Und da wandte sich an den Senat und die sagten auch, ja, ja, könne man. Und so, dass ich und meine Frau, die damals Assozente war, da hinzogen und dann eben abends und nachts da mit der Maschine rechneten. Heute würde man sagen, oje, Datenschutz und alles Schreckliche, wie kann man da einen Diplomaten oder sowas da überhaupt reinlassen und an die Maschine. War natürlich nicht ganz so schlimm, die Maschine hatte ja praktisch keinen Speicher, so dass alle wirklich die echten Daten auf Loch geraten. Und die waren natürlich woanders, die waren die echten Steuererklärungen oder was immer, kamen wir nicht heran. Aber trotzdem, wenn Sie heute einen Studenten da ins Finanzministerium schicken wollten, um Maschinen zu lösen, wollen Sie sich das wohl erklären. Die Maschine war aber relativ gesehen langsam. Es kam dann nach kurzer Zeit eine bessere Maschine, hier die Siemens 2002. Die hatte dann schon Transistoren. Ja, ich glaube, großer Fortschritt in der Geschwindigkeit, fast ein Faktor 10. Die stand am Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung in Berlin. Da gab es eine extra Abteilung für Mathematik im Institut. Und da konnte man rechnen. Aber nach kurzer Zeit, da durften, wie gesagt, Meitner-Institut rechnen, aber auch die Unis, war die Maschine eben voll und man konnte nicht mehr so arbeiten, wie man wollte, sodass mein Stepper Ludwig dann bei der DFG eine Zuse Z23 beantragte. Die war zwar etwas langsamer als die Siemens, aber immerhin hat er auch Transistoren und stand eben nur der FU zur Verfügung mit de facto dem Institut für Theoretische Physik. Und also ich wurde da hingeschickt nach Hersfeld, wo die Firma Zuse war, um das abzunehmen. Wir wurden sehr freundlich, ich und meine späteren Auf, waren von dem Konrad Zuse behandelt, der der Chef war und der offenbar eine Ader hatte auch so für quasi Außenseiter, ich war ja praktisch ein Außenseiter. Der Zuse hatte selbst in Berlin studiert an der TU, und da war auch Schwierigkeiten, dass er da in die richtige Karriere reinkam. Und er hat uns also sehr freundlich zu Abendessen und allerlei Sachen eingeladen. Und später, als die Maschinen, die dann wirklich nach Berlin kamen, war ich dann mit der Aufstellung und der Betriebsleitung beauftragt, und bekam schon eine Dauerstelle als Wissenschaftlerangestellter, was für mich erfolgreich war für den gleich nächsten Schritt. Da sehen Sie mich an der Zuse Z23, also mit den Vertrahtungen. Ja, aber eigentlich wollte ich ja nicht EDV-Spezialist werden, sondern Astronom. Und insofern guckte ich also herum, wo könnte ich denn Astronomie machen, statt EDV-Spezialist zu sein. Ich wollte also richtig in der Astronomie arbeiten. Und ich fand auch relativ schnell dann einen Arbeitsplatz hier in Heidelberg im Astronomischen Recheninstitut. Der Direktor war damals ja, bitte. Und da ich schon eine Dauerstelle in Berlin hatte, hatte ich gesagt, natürlich, mit einer Dauerstelle komme ich nicht. Und man bekam eine mit 24 Jahren. Das war damals schon ungewöhnlich und flinkt heute natürlich paradiesisch. Da kriegte ich heute mit 24 Jahren eine Dauerstelle. Und dann stieg man auf zu einem Beamtenstatus, zu schönen Titeln, die Observator oder Oberobservator. Aber ich hatte schon aufgepasst, dass meine Stellenbeschreibung in der Hauptsache auf Forschung gerichtet war und nicht eben auf EDV. Trotzdem habe ich über zehn Jahre lang den Betrieb einer Rechenanlage im Astronomischen Recheninstitut geleitet. Ich hatte diesen schönen Titel, Leiter des Betriebes einer Rechenanlage, sie sind 2002 der Universität Heidelberg. Es war die einzige und erste Maschine, quasi der Ursprung des Rechenzentrums. Und das ist in Klarheit natürlich mit einem Grund, warum Herr Frichl mich genommen hatte. Denn die beiden anderen Astronomen, die vorher die Maschine betreuten, Herr von Horner und Herr Stumpf, die waren gerade nach USA ausgewandelt. Dass die Maschine quasi ohne Betreuung war. Denn die älteren Kollegen im Astronomischen Recheninstitut, die fanden das natürlich als irgendwas merkwürdiges, da diese Technik und dann wollten sie natürlich nicht viel zu tun haben und schon gar nicht irgendwie verantwortlich, was zu machen. Insofern war es für ein Fricke, glaube ich, ganz gut, dass er da jemand fand, der sich quasi selber angeboten hat, der schon vorher mit Rechenanlagen viel zu tun hatte. Also das war, das Astronomische Recheninstitut war ja längste Zeit hier leider ein Landesinstitut und mit der Universität Millose verbunden. Aber immerhin, Herr Frichl war Ordinarius und auch sonst war die Verbindung gut. Ich konnte also 1966 hier promovieren. 1969 konnte ich habilitieren. Wenn Sie nachrechnen, ging das ziemlich schnell. Und warum? Ich bin da immer noch ein Kollege Sorgelt, der Dampfer. Der hat das nämlich quasi durchgesetzt, nicht nur für mich, sondern für eine Reihe von anderen Kollegen, dass wir da schnell noch 1969 habilitieren konnten. Warum? Nun, Sie kennen alle die 68er-Bewegung und Ihre Forum ging natürlich auch nicht spurlos an der Universität vorbei. Und Sie sehen, ich hab noch an der alten, gemeinsam mit einer Fakultät habilitiert. Und im Jahr 1969 wurden aber lauter neue Dinge für die Uni beschlossen. Einmal wurde die große Fakultät zerschlagen, so kleinen Fakultäten. Fakultät für Sieben, das ist nie. Aber da muss eine neue Grundordnung ausgearbeitet werden und so. Es war also völlig unklar, wenn man da nicht noch schnell vorher habilitierte, wann man denn überhaupt wiederhabilitieren konnte. Es war damals auch schon die Diskussion, ob man sowas wie Habilitation überhaupt brauche und so weiter. Also es war sicher günstig, das noch schnell machen zu können. Und da bin ich Herrn Sorgel immer noch dankbar, der quasi alle bürokratischen Händnisse beiseite schob und uns da mit Hochgeschwindigkeit durchgeschlotzt hat. Ganz kurze Bemerkung noch sonst. Was also den Habilitanten heute erstacht bleibt, das war ja damals eben die Gesamtfakultät von der Mathematik, über Chemiker, und es war der Usus, dass man als Habilitant sich bei jedem Ordinarius vorstellen musste. Das war ein Gespräch so von ungefähr einer halben Stunde, wo der einen fragte und sich einen Eindruck machen wollte. Das war schon in so normalen Zeiten kompliziert, aber jetzt, wo es so schnell gehen sollte, war das ein hochgradig logistisches Problem, in kurzer Zeit also Termine bei 30 Ordinarien zu kriegen und die noch so zu schachteln, dass die aber nicht zu dicht aufeinander da haben, sodass, wenn man bei einem sich doch länger auffielte an und ich schon völlig böse war, dass der Herr Bielen da nicht kommt. Also das gibt es ja heute nicht mehr. Gut, dann wurde ich wieder am KPL-Professor und was sonst nicht so reinpasst, habe ich hier auch geschrieben, ich hatte auch eine Lehrstuhlvertretung in Hamburg, war ein Herr Bär, dass er eh so beauftragt wurde, beurlaubt war, um dort den Schmittspiegel aufzustellen. Also soweit zur Fakultät. Noch kurz, nachdem dann die Reformen gemacht wurden, hat man natürlich zum Teil in den Prämien mitgearbeitet. Ich war gewählter Vertreter der Astronie-Dozenten. Warum? Die anderen Kollegen waren alles ältere Herren und die fanden das natürlich schrecklich, da in solche lauten Prämien, wo sich die Leute fürchterlich stritten, da hineinzugehen. Ich wusste, er hat mich immer noch gut an einem der Hauptredner, nämlich an Heinze. Wenn Sie Heinze erlebt haben, wissen Sie, wie lebhaft er ist und wie laut er da seine Meinung vertreten kann. Das waren also spektakuläre Auftritte damals von der Heinze. Dann gab es etwas, was Sie wahrscheinlich kaum noch kennen, als Zwischenebene zwischen die Fakultät und die Institute, war nach der Grundordnung einer Fachgruppenstruktur eingeschoben worden. Da gab es Fachgruppen für Physik, ich weiß nicht genau, wie die alle hießen, aber es gab eine Fachgruppe Astronomie. Da war man automatisch als Dozent drin und die müsste man auch behalten. Ich mache mal das Fallschirm. Jetzt vielleicht ein bisschen zur Wissenschaft. Was habe ich jetzt in Heidelberg wirklich hier wissenschaftlich gemacht? Zuerst habe ich damit angefangen, meine Diplomarbeit aufzuarbeiten. Und da bin ich heute noch stolz. Da habe ich eine ganz pfiffige Sache gemacht. Zunächst geht es darum, die Entwicklung der Leuchtkraft einer Galaxie zu untersuchen. Im altfassen Fall kann man sich eine elliptische Galaxie nehmen. Da sind im Wesentlichen die Sterne alle gleich alt und alle ungefähr zehn Jahre alt. Und dann kann man untersuchen, wie diese Leuchtkraft sich im Laufe der Zeit verändert. Und zunächst habe ich das, da braucht man so Entwicklungswege von Sternen, im Hartschirm-Rassel-Diagramm, und so habe ich mit großem Aufwand in die Rechenmaschinen geworfen und habe aber festgestellt, das Resultat war eigentlich immer dasselbe. Ganz egal, was ich da oben in den Trichter reingeworfen habe, habe da mal gedreht, kam unten immer dasselbe raus. Nämlich, dass die Leuchtkraft im Wesentlichen mit einer Potenz der Zeit oder des Alters hier läuft. Und dass diese Potenz auch ziemlich egal war, welche Entwicklungswege ich da reingesteckt habe. Und das kann man verstehen, wenn man eine gewisse Homologie-Einnahme macht. Ich will jetzt nicht in die mathematischen Details gehen. Im Grunde heißt das so ungefähr so, wenn Sie den Entwicklungsweg eines Sterns, im Hartschirm-Rassel-Diagramm haben, für eine Masse und es für eine andere Masse haben wollen, müssen Sie den nur im Wesentlichen längs der Hauptreihe verschieben. Und die Zeitskala kann man abschätzen, dadurch, dass alles proportional der Verweildauer auf der Hauptreihe sein soll. Auf der Hauptreihe ist die Verweildauer im Wesentlichen gegeben, konstante. Und die Masse des Sterns dividiert durch die Leuchtkraft. Die Masse ist sozusagen der Energievorrat des Sterns und die Leuchtkraft ist der Energieverbrauch des Sterns und kann man eben einfach empirisch messen. Und dieses Verhältnis Masse durch Leuchtkraft gibt Ihnen eine Zeitskala und die läuft hier rein. Der Astronom arbeitet in der Regel nicht mit Leuchtkräften, sondern mit absoluten Helligkeiten. Das ist ein Loverrhythmus von der Leuchtkraft. Und dieser Punkt sozusagen ist 1 durch T und der Faktor hier ist ungefähr 1. Und es gehen nur Exponenten ein von gut bekannten Größen, nämlich von der Masse Leuchtkraftbeziehung, die man empirisch kennt, und von der, wir nennen es die initial mass function, also die Verteilung der Sterne über die Masse bei ihrer Entstehung. Und wenn Sie das ausrechnen und kosmologisch anwenden, dann gibt es folgendes Resultat. Damals hat man eben als Standardkerze in der Kosmologie die hellste ellipte Galaxie in einem Galaxienhaufen benutzt. Rein empirisch konnte man in der Nähe feststellen, die haben alle ungefähr die gleiche absolute Helligkeit. Und das wäre sehr gut, wenn die wirklich sich nicht zeitlich ändern, diese Standardkerzen. Und das Resultat meiner Arbeit war, damals war es so, wenn man die Daten über die Galaxienhaufen auswertete und annahm, die Standardkerzen sind konstant hell zu allen Zeiten, dann bekam man eine positive Augenkommung, der kritische Dichte-Parameter war 2,0, 1,0 wäre der kritische Fall, also deutlich positiv gekümmtes Weltall. Damals hat man immer noch den Beschleunigungsparameter Q0 genutzt. Wenn man das aber meiner Theorie anwendet, der flugt es um, ein stark negativ gekümmtes Weltall und fast frei expandieren. Die Helligkeits-Rot-Verschiebungsrelation spielt heute noch eine große Rolle im Standardmodell der Kosmologie. Allerdings nimmt man da als Standardkerzen was anderes, nämlich Supernovae von Typ 1a. Das sind so Doppelsterne, wo ein Stern auf einem weißen Zwerg was schüttet. Und dadurch sind die physischen, physischen Werte praktisch immer dieselben. Und auch in großen Entfernungen kann man diese Supernovae als Standardkerzen benutzen. Haken ist nur, die muss man A finden. Supernovae leuchtet ja mal kurz auf und dann wieder weg. Und außerdem muss man sie beobachten. Das ist also auch nicht einfach, aber es ist heute wieder völlig in Ordnung. Die Arbeit habe ich dann publiziert in der Zeitschrift für Astrophysik. Und da erinnere ich mich heute noch. Der Herausgeber von der Zeitschrift war Herr Unsell, bekannter Astrophysiker. Ja, und der bestand darauf, dass deutsche Astronomen in seiner Zeitschrift nur auf Deutsch publizieren. Ich musste schon mit großem Aufwand ein kleines englisches Abstrakt durchsetzen. Aber Resultat war natürlich, dass die Arbeit nicht so ankam, wie ich mir das eigentlich erhofft hätte. Der Hauptpapst auf dem Gebiet, Ellen Sandwich in Amerika kannte, die er zitiert, aber die meisten kannten die eigentlich nicht. Und insofern war ich nachher ganz verblüfft. In 1972, das sind ja auch später, erschien eine Arbeit von einer später noch verkannten amerikanischen Astronomen, Beatrice Tinsley, in der sie identisch meine schönen Formeln abgeleitet hat. Und auch das gleiche Resultat mit dem Null bekam. Sie hat sich nachher entschuldigt, sie kannte die Arbeit nicht. Das gebe ich ja auch zu. Trotzdem war ich ja natürlich enttäuscht, dass mein großer Wurf da nicht angekommen war. Also Moral von der Geschichte, ich glaube, das hat da schon damals Schaden angerichtet, dass man noch versuchte, Deutsch als Wissenschaftssprache lebendig zu erhalten. Also Amerikaner anzusuchen und in der Zeitschrift für Astrophysik natürlich auf Englisch produzieren, aber Deutsch nicht. Das änderte sich erst, als die Zeitschrift für Astrophysik einging und die Europäische Zeitschrift Astronomie in Astrophysik gegründet wurde. Gut, meine Hauptarbeit war aber etwas anderes, angelehnt an Rechenmaschinen. Numerische Experimente mit N-Körpern, sprich mit Sternhaufen, die man auch machen kann. Das hatte schon hier in Heidelberg von Horner angefangen, er gilt das zu mir auf dem Gebiet, da war aber in den USA ausgewandert, sodass er vielleicht gleich sagt, das muss er an Wien weiter machen. Und da setzt man eben möglichst viele Sterne auf den Computer und guckt, wie die sich also gegenseitig durch gravitative Wechselwirkung verändern. Was kann man mit den Ergebnissen machen? Da kann ich erst mal so einen Film anschauen. Aber man kann einerseits das auch auf Theorien anwenden. Es gab damals schon theoretische Resultate, die was ganz Merkwürdiges vorher sagten, nämlich, dass so ein Sternhaufen nach einer endlichen Zeit hier in dieser Zeitskala, ungefähr bei 0,17, einen völligen Kollaps erleidet, eine Vergo-Sermo-Katastrophe eintritt und die Dichte dagegen unendlich geht und damit hörten die analytischen Theorien auf. Und das konnte ja aber in der Natur wohl nicht so sein, wenn man sahen Sternhaufen, die deutlich älter waren als das. Und das zeigten also eben diese Endkörperrechnung. Der Grund ist, dass sich im Zentrum Doppelsterne bilden, die immer enger werden, Energie absorbieren, potenzielle Energie sozusagen aufnehmen, negative, und die positive Energie nach außen abgeben, sodass der Kollaps aufgehalten wird, also dass die anderen Sternhaufen wieder sozusagen aufgeheizt werden. Da habe ich eine Arbeit zum Beispiel geschrieben mit einem englischen Astronomen von Arcel, wenn ich mir wieder lästern, ist es unmöglich, einen Co-Autor zu haben, der mit Doppel-A anfängt, der schlägt alle anderen. Aber besonders aktiv war er Herr Nunn und der französische Astronom, den ich auch kurz vorstellen würde, dem ich damals eng zusammengearbeitet habe, hier ein Bild von ihm. Er hatte mich und meine Frau eingeladen, ein halbes Jahr an meiner Sternhauten-Nitzer gearbeitet. Er war sicher damals einer der führenden Stellardynamiker, hat aber auch im Gebiet der Himmelsmechanik gearbeitet und von daher kam er dann zur Chaos-Theorie. Und er ist heute, glaube ich, sozusagen weit bekannter als Chaos-Forscher, als Astronom. Es gibt einen Genom-Mapping, einen Genom-Attractor, also solche schönen Dinge. und für seine Arbeiten zur Chaos-Theorie hat er auch diesen Preis der französischen physikalischen Gesellschaft erhalten, der, soviel ich weiß, der Hauptpreis der französischen physikalischen Gesellschaft ist. Und er ist, glaube ich, auch wieder so alt, ich weiß, der einzige Astronom, der diesen Preis je erhalten hat. Aber eben für seine Chaos-Theorie und nicht für die schönen astronomischen Dinge. Was kann man auch mit diesen Endkörperrechnungen machen? Zum Beispiel kann man versuchen, die Auflösungszeit solcher offenen Sternhofen. Offen Sternhofen sind sowas, was wir hier alle am Himmel schon mal gesehen haben, wie die Pleiaden. Und wenn man die Altersverteilung der Sternhofen aufplottet, sieht man, dass es ganz viele Junge gibt und praktisch keine alten. Wenn Sie sehen hier, das ist eine logarithmische Skala, wenn Sie die Jungen mit 100% Häufigkeit annehmen, ist die Häufigkeit der Alten im Krummelbereich. So kann es ja nicht sein, dass Sie früher fast keine Sternhofen gebildet haben und heute Unmengen. Es ist also schon immer die Vermutung, die lösen sich auf. Und sowas können Sie eben auch durch diese Endkörperrechnungen auf dem Computer nachvollziehen, wenn Sie die Wechselwirkung der Sterne nehmen, aber auch das Gezeitenfeld der Milchstraße und vorbeifliegen wir in der Stelle auch, oder kommen wir sowas. Also das können wir annehmen. Anderes Arbeitsgebiet von mir, wo ich lange gearbeitet habe, ist Dichtewellen-Theorie. Da konnte man arbeiten, ich habe ein Übersichtsartikel auf Deutsch geschrieben, war wieder das Gleiche. Deutsche Artikel, zwar von einigen gelobt, die Deutsch konnten, aber von dem meisten gelobiert. erst als ein amerikanischer Astronom, der es so schön fand, dass er durchgesetzt hatte, dass ich für die amerikanische Zeitschrift Publication of the Astronomy Society of the Pacific, das ist eine wichtige Zeitschrift. Wenn man ein Refuge schreiben sollte, kam der Refuge wirklich gut an. Auch in diesen Zeiten war es eben klar, wenn ich auf Englisch publiziert, er hat keine Publicities. Entschuldigung, ich bin mit dem Stick noch nicht so vertraut. Eine andere Sache, was ich gemacht habe, am Astronomischen Recheninstitut, das war die Zentralstelle Weltlein für sonnenmahe Sterne. Es gab einen älteren Astronomen, Dr. Bliese, der sammelte sonnenmahe Sterne, so wie andere Leute Schmetterlinge sammeln. Die Daten oder her durchsucht, ob da ein Stern und sonnenmahe sei oder nicht. Das ist gar nicht so einfach, das klingt. Abermilliarden von Sternen, die jungen sonnenmahe Sterne rauszufinden. Herr Bliese stand aber natürlich, als älterer Kollege, mit Rechenmaschinen und so weiter auf dem Kriegsfuß. Also alles, was numerisch gemacht werden musste, galaktische Koordinaten und galaktische Raumgeschwindigkeit musste ich machen. Dadurch hatte ich guten Zugang zu dem Material und habe das in verschiedener Seiten, in verschiedenen Richtungen ausgewertet. Musterfall für die Leuchtkraftfunktionen, das ist die Verteilung der Sterne von absolut hellen zu absolut schwachen. Die Sonne liegt genau jeweils in etwas helleren. Damals zunächst hatte man die Vorstellung, dass es diese gestrichelte Kurve, dass es ein ziemlich glatter Verlauf ist. Ich hätte aber herausbekommen, dass da die Boots hinter der Sonne doch eine Vertiefung auftritt. Und die Amerikaner nennen das einen DIP. Und ich erwähne es deswegen, weil das auch ein bisschen kurios ist. Einer der amerikanischen Astronomen, John McCall, der war Leiter der Astrophysikabteilung vom Institut von Aquan Studies, ist Ihnen vielleicht zum Teil bekannt als einer, der immer mit diesen scheinbar fehlenden Sonnenneutrinos gearbeitet hat. Und häufig auch in Halleberg war, wegen der Neutrino-Frage. Wer nannte das DIP und wenn er Wielen das gemacht hat, dann hat er das den Wielen-Dip. Deswegen betone ich immer, Herr Wielen-Dip, keine Grillsoße, habe es bis ins Lexikon aber hingeschafft. Mir wäre natürlich ein Pieck lieber gewesen als ein DIP, aber die Natur hatte es so eingerichtet, dass es gerade nach unten geht. Mit dem kann man also nichts machen. Was kann man noch mit den Sonnenansternen machen? Man kann zum Beispiel ihre Geschwindigkeitsdispersion messen. Dabei müssen Sie sich vorstellen, ein junger Stern in unserer Milchstraße, in der Scheibe, entsteht aus dem interstellaren Gas und das bewegt sich im Wesentlichen exakt auf einer Kreisbahn. Also Sterne starten zunächst auf einer Kreisbahn in der Milchstraße. Wenn Sie aber Sterne etwas höheren Alters angucken, sehen Sie, dass die ihre Kreisbahn nicht beibehalten. Das kann man nicht direkt machen, weil man die Bahn nicht über die beiden Jahre verfolgen kann. Aber man sieht das an der Geschwindigkeitsdispersion. Die Geschwindigkeitsdispersion ist die Abweichung von der Kreisbahn. Und je stärker die Bahn von der Kreisbahn abweicht, umso mehr weicht auch die Geschwindigkeit des Schirms von der Kreisbahn ab. Und Sie waren also früher viel höher als heute, können Sie sagen, vielleicht sind die so entstanden, das kann nicht sein, wegen des Verlaufs der Kurve, denn wenn Sie die Kurve extrapolieren wollen, dann würden Sie in den nächsten paar Millionen Jahren die Geschwindigkeitsdispersion auf Null sinken, was nicht in der Sicht ist. Also es ist gerade umgekehrt, die Sterne werden auf der Kreisbahn geboren und dann durch gravitative Störungen von der Kreisbahn abgelenkt und gehen immer stärker weg. Und ich habe das Diffusion der Sternbahn getauft und auch heute weiß man eigentlich immer noch nicht genau, welche gravitativen Störungen das sind. Das sind zum Teil interstellare Kühlwolken, es sind aber auch Resonanzerscheinungen von der Spiralstruktur und so weiter. Meine Idee war, wenn man die Theorie schon nicht gut kann, dann wenigstens empirisch den Diffusionskoeffizienten zu bestimmen. Das ist natürlich für die Geschwindigkeitsaltersbeziehung erstmal nur eine rein phänomenologische Beschreibung. Was hat man gewonnen? Gewonnen hat man, dass man auch über die Diffusion im Ort etwas lernen kann und da vor allen Dingen über den mittleren Abstand des Sterns vom galaktischen Zentrum als Funktion der Zeit. Auf der Kreisbahn wird er ja konstant und dann fängt der Stern an zu schwingen, aber vor allen Dingen auch seine mittlere Entfernung mal zu verkleinern, mal zu vergrößern. Und die Arbeit habe ich produziert. Ich liebe die schon, die Arbeit, aber wie immer im Leben kann man nie genau vorher sagen, wie gut die ankommen. Von all meinen Arbeiten ist die Arbeit, die ich am meisten zitierte. Ich habe 500 Zitate bei ADS, ADS ist ein biografisches System der NASA, wo alle Astronomiearbeiten drin sind. Und für eine astronomische Arbeit ist es sehr hoch. Im Gegenteil für eine astronomische Arbeit, die rein theoretisch ist und nicht auf einem Großprojekt von Satelliten oder sowas. Außerdem ist es erfreulich oder wertwürdig, die Zitierrate ist praktisch zeitlich konstant. Wir wissen wahrscheinlich, sonst ist die Zitierrate von Arbeiten klingt meist exponentiell ab mit einer Zeitskala von einem Jahr. Der Grund ist, dass diese radiale Migration immer mehr an Interesse zugenommen hat. Und heute gibt es ganze Symposien, die darüber arbeiten, dass die Sterne da doch in radialer Richtung vibieren. Als Vorgriff auf eine Arbeit, die ich dann hier im zweiten Halbjahr auch mal gemacht habe, von Herrn Fuchs und Herrn Lecker will ich erwähnen, dass man das beweisen kann, wenn man die Entstehungsorte der Sonne und anderer Sterne sich anguckt, auch von der chemischen Zusammensetzung der Sterne. Und das stimmt. Als Beispiel nenne ich hier unten die Sonne. Die ist nach unserer Meinung nach weit im Inneren entstanden, bei ungefähr 6,6 Kiloparsec, während sie heute bei 8,5 steht. Sie ist also vom Inneren her herausgefundiert. Und das gilt eben nicht nur für die Sonne, sondern praktisch alle Sterne, wirbelt sozusagen die ganze Galaxie durcheinander. Wie kann man das feststellen? Ich will nur ganz kurz und ganz schematisch das ansprechen. Wenn Sie zunächst mal hier Eichung durchführen, hier ist auch betragen die chemische Zusammensetzung, Eisen über Wasserstoff, so rhythmisch und bezogen auf die Sonne. Und hier unten läuft der Abstand vom galaktischen Zentrum und Sonne heute bei 8,5. Und was Sie dann tun, ist Sie gucken beim Stern nach, welche chemische Zusammensetzung hat er und wie ist sein Alter. Bei der Sonne hier ist es jetzt durch Zufall Null, weil die Sonne als Zugspunkt genommen wird, nicht ein anderer Stern oder irgendwas anderes. Und dann gucken Sie nach auf der Linie mit dem Alter und dann gucken Sie nach, wo es mit der eigentlichen Stern sei. Weiters komplizierter, weil natürlich die Durchmischung des interstellaren Mediums nicht so perfekt ist. Das gibt es durchaus Schwankungen. Aber im Grunde geht das. Und heute ist das aber eine sehr verbreitete Methode. Ja, aber dann wurde ich an die Technische Universität Berlin berufen, 1978, noch auf seine ordentliche Professur alter Art. Erst später wurde das in C umgewandelt. Das Erste, was ich mit Großmelan machte, war, das Institut gleich zu vergrößern, indem ich die Arbeitsgruppe Astronomie der Freien Universität gestoppt hatte. Da hatte ich großes Glück in seiner Hinsicht. Einmal war der Professor an der U, Herr Hinderer, gerade pensioniert worden. Und in der Fall war das ein guter Zeitpunkt. Und außerdem hatte der Senat von Berlin die Vorstellung, die Profile der einzelnen Universitäten zu schärfen. Was eben heißen sollte, es sollte nicht überall Astronomie geben, sondern an der einen Stelle dieses Fach Astronomie. Und andere Fächer an anderen. Da wurde also jemand hergetauscht. Und hier wieder noch Rückschau auf das Gebäude des Astronomischen Recheninstituts in Dahlem. Das spielte wieder hier eine Rolle. Diese ganzen Verhandlungen zu diesem Anschluss habe ich in diesem Gebäude geführt. Warum? Weil dort der Präsident der FU präsidierte und der Kanzler. Der Präsident war ein Herr Lämmert, der früher hier in Heidelberg war. Der Kanzler war ein Herr Baumann. Die habe ich immer geärgert, als ich gesagt habe, sobald ich den Anschluss haben, würde ich natürlich noch verlangen, dass das Gebäude wieder zurückgegeben wird. Das ist nun. Das fanden wir ja natürlich nicht so. Der Stube wurde der Astronomie und Astrophysik genannt. Dafür hatten wir den Nachteil natürlich, dass wir an TU und FU Lehrer machen mussten, für die Vorlesungen, aber auch die Biomarbeit und die Interaktion. Einen C3-Professor haben wir noch dazugekommen, von der Pädagogischen Hochschule, Herrn Meuermann, der später auch in der Heidelberg-Göttingen geworden ist. Sie kennen ja hier auch die Diskussion, ob man denn die Lehrerbildung separat machen soll an der Pädagogischen Hochschule oder alles an der Universität. Berlin hatte man damals gerade beschlossen, die Pädagogische Hochschule aufzulösen. Und die vorhandenen Professoren wurden gefragt, wo sie denn hinwollten und durften optieren. Und Herr Meuermann optierte eben für das EU-Institut. Er kam aus der Astrophysik, extra-terrestriere eigentlich, von Herrn Trümper aus München. Insofern war das Institut dann ganz ansehnlich, mit einer C4-Professur, zwei C3-Professur, in der Stelle von den Inneren wurde mit Herrn Sedlmeier aus Heidelberg gesetzt. Wenn Sie sich vorstellen, dass ich aus meiner Finger am Spiel hatte, denn Herrn Sedlmeier kannte ich gut hier. Und wir hatten zwei Privatdozenten. Zunächst haben wir im Telefunkenhochhaus gesessen. Ich weiß nicht, ob Sie das in Berlin kennen, in der Nähe der TU-Professur, dieses 20-Stück wird in Frankfurt und Hochhaus. Da hatten wir ein Geschoss im nächsten Stock. In 1984 sind wir umgezogen in den Neubau der Physik. In der FU hatten wir einige Räume. Zwei Übungsstaben hatten eine Dahlem und eine auf dem Dach der Physik. Das werde ich Ihnen hier zeigen. Wenn Sie mal in Berlin wieder sind, achten Sie bitte nicht nur auf das Gebäude der Physik, sondern oben, drohnend über der gesamten Physik, sitzt die Astronomie. Und hier mit einer weißen Kuppel ist natürlich nur für Übungszwecke gedacht. Das ist ja mitten in der City. Ich habe immer noch gelästet. Eigentlich müssen wir noch so eine umlaufende Neonschrift haben, studiert Astronomie. Um das richtig aufwendig zu machen. Aber die Astronomen sitzen da wirklich über der Physik. Achtes Stockwerk und zum Teil das siebente Stockwerk. Dann kam ich zurück nach Heidelberg. Da wurde ich jetzt ein Vier-Professor. Und gleichzeitig über diese Stelle verbunden gewesen mit dem Posten des Direktors des Recheninstituts. Das war mein alter Chef, den ich da abgelöst hatte, Herrn Fricke. Und 2004 bin ich dann involviert worden. In der Fakultät habe ich auch brav mitgearbeitet. Ich war als Professor ja automatisch Mitglied der Fakultät. Ich war auch immer abwechselnd mit Herrn Appenzeller gewähltes Mitglied in der engeren Fakultät. Von der Theoretischen Astrophysik war automatisch jemand drin als Geschäftsführer, der Direktor. Ich wurde dann Dekan und Prodekan. Ich wollte noch gern Mitglied der Bibelkonferenz. Aber noch was zum Dekan und Prodekan, wenn wir von den älteren Kollegen miterlebt haben. Man wurde nicht Dekan aufgrund besonderer geistiger Qualitäten oder organisatorischer Fähigkeiten, sondern es ging stur nach dem Ernennungsdatum. Es gab also eine Liste, wo die Ernennungsdaten drauf standen. Und 99 wurde man also Dekan. Theoretisch gewählt für zwei Jahre. Die Verabredung war aber, man würde nach einem Jahr wieder zurücktreten und wurde dann mehr oder weniger automatisch zum Prodekan gewählt. Vorteil der Methode war natürlich, dass der Dekan, der frische Dekan, immer schon einen erfahrenen Prodekan hatte. Es war also kein Abstieg in dem Sinne, dass der Dekan runter zum Prodekan hat. Und wenn der Dekan war, kam oder verreiste, hatte der Prodekan eben schon Erfahrung. Ob das System gut war oder nicht, kann man sich streiten. Es war natürlich, es betonte, dass der Dekan nur gleicher und dergleichen ist und nicht irgendwelche Ambitionen haben soll, eine große Revolution da anzuzetteln. Das war das System gut. Noch eine andere Sache, die ich, weil es auch gleich eine Kuriosität ergibt, man musste natürlich in vielen Gremien mitarbeiten. Ich gehe als Beispiel nur die Internationale Astronom-Junior. Ich war also Präsident der entsprechenden Funktion. Aber besonders stolz war ich darauf, direkt nach der Wiedervereinigung, alle drei Jahre tagte die EU. In Argentinien war ich der National Representative für Deutschland als Erster nach der Wiedervereinigung. War aber ein unheimlich harter Job. Warum? Weil man von allen anderen Ländern befürchterlich beschimpft wurde, gedrängt wurde. Grund war, dass durch die Wiedervereinigung ja die DDR weggefallen war. Und damit war in der IAU der Beitrag der DDR weggefallen. Und die anderen Länder hatten nur die Vorstellung, naja, du müsstest in Deutschland seinen Beitrag entsprechend aufstocken. Der Gesamtbeitrag von Deutschland eben der ist von altem Bundesrepublik, das DDR. Das hatte zwei Haken. Deutschland war immerhin schon, da gab es so Kategorien, in einer zweithösten Kategorie, darüber gab es nur noch die USA. Also wäre Deutschland aufgestiegen, wäre sie gleich mit den USA gewesen. Das fand man die Deutschen zumindest ungerecht. Aber die anderen Länder fanden natürlich, dass entweder jetzt der Etat der IAU runtergehen musste, was auch keiner wollte, oder dass die sozusagen Beitragssätze, also die für die verschiedenen Kategorien dann wichtig waren, angehoben werden mussten. Und natürlich hätten sie als anderes Land auch gesagt, wenn die Deutschen sich da schon wieder fallen, warum greifen die mir dann in die Tasche? Das war de facto das. Und da wurde man also hart angegangen. Nicht persönlich, aber ich sollte auch so ausüben, aber das Ministerium hatte mir alles zurückgeweisungen gegeben, gar nicht irgendwelche, auch mal Andeutung zu machen, dass wir gewillt sein, mehr zu bezahlen. Also das nicht. Aber jetzt kommt das, was besonders lustig findet, ab 1988 auf der Generalversammlung, wo ich offiziell für tot erkläre. Wie ist das passieren? Der Generalsekretär, der damals aktiv war, der Sphinx, beschreibt es hier in seiner Erinnerung. Aus irgendwelchen Gründen war ich auf die Liste der Verstorbenen beraten. Und bei der Eröffnungsversammlung da ist also jetzt der Generalsekretär vor, wenn er alles verstorben ist. Da kam auch vor, Roland Wiel, Federal Republic of Germany. Was natürlich nicht ganz stimmte. Seine Beschreibung ist hier vor oben richtig. Es war eine große, huge crowd, es waren ungefähr 3000 Teilnehmer. In den USA, wo viele Amerikaner teilnehmen wollten. Und seine zweite Beschreibung stimmt nicht. Da steht sinngemäß, ich sei aufgestanden, hätte ich gesagt, sei aber doch am Leben. Das war aus mehreren Gründen gar nicht möglich. A, aus Pietät waren natürlich schon alle aufgestanden bei dem Verlesen der Totenliste. Also ja, das ist auch wichtig, was ich nicht. Zweitens unter 3000 Leuten ohne Mikrofone, hätte ich mich ja überhaupt nicht gemerkt haben machen können. Und drittens hätte ich natürlich niemals so eine heilige Handlung da stören wollen, durch solche banalen Zwischenrufe, wie das ich doch noch geben kann. Es war aber lustig, die anderen Kollegen, die man dann so traf, die sagten immer, ach, Sie weben ja noch. Ich kann den Mark Twain gerne mal den Mark Twain überhaupt nicht, dass der Bericht von meinem Tod doch leicht übertrieben oder stark übertrieben sein. Ja, kurz jetzt noch zur, ja, vielleicht geschadet mir mal so 10 Minuten oder so, über die Geschichte des Astronomischen Recheninstituts, das ich hier gelangt musste, das ist der Altes Institut, das ist 1700 in Berlin gegründet, um Kalender zu rechnen, um vor kurzem durch den dritten, manche von mir, die älteren Kollegen, wenn Sie sich erinnern, dass wir am 10. Mai 2000, genau 300 Jahre später, wir eine Feierstunde in der alten Aula machten, 300 Jahre Recheninstitut. 1874 wurde das Institut von der Sternwarte, mit dem es im ganzen Verwunder getrennt und bekamen einen Neubau direkt neben der Sternwarte, ich glaube, beide sind Kreuzberg da, 1896, 97 wurde es dann ganz selbstständig, als königliches Astronomisches Recheninstitut und 1912 bekam es einen Neubau in Dahlem, das war das, was ich Ihnen mal zeigte. 1944 wurde es der Kriegsmarine unterstellt, weil die Ephemoliden kriegswichtig waren. Also dem war es ein guter Trick von Herrn Kopf, als Direktor, er schützte damit die Astronom vor echter Kriegsdienstleistung und dem erklärt wurde, das, was sie immer schon taten, die Astronomie sei also so wichtig für den Endsieg, dass man also da nicht weiter so nachdenken müsste. Das Institut wurde nach einem kleinen Dorf in Sachsen nach Sermut evakuiert, das war der Teil von Sermut, von der späteren DDR, der zunächst von Amerikanern besetzt wurde und die Amerikaner wollten natürlich so ein schönes Institut nicht den Russen überlassen, haben das aber mit nach Heidelberg. Sie kennen das, das war die gleiche Aktion, die dazu führte, dass viele Leute von Karlsviers, aus Jena hier nach Württemberg transportiert wurden. Und das Institut war, also bis 2004, ein selbstständiges Landesinstitut. Nach meiner Notierung, nach der Direktorschaft von Herrn Lamsgranz wurde das Institut dann die Universität Heidelberg integriert als Zentrum, Heidelberg des Zentrums für Astronomie, das aus dem ARI, dem ITER, der Institut für die deutsche Astronomische und der Landessternkante besteht. Jetzt noch eine Besonderheit, ich hätte Sie fragen können, was hätten Sie vermutet, wer ist der bekannteste Doktorand des Astronomischen Rechneninstituts? Ich hätte Ihnen eine Hilfestellung geben können, dass der mit W wie Wielen anfängt, aber auf den werden Sie sicher nicht gekommen. Er ist sicher bekannter als die meisten Physik-Nobelpreisträger heute. Der Name wird man in der Schule und selbst viele Leute, die nichts mit Astronomie oder Physik zu tun haben, kennen Herrn Wegner. Und die meisten kennen ihn natürlich hier und an diesem Schlagwort Begründer der Theorie der Kondidentaltre und mehr biophysikalisch der Plattentektonik. Also er hat nicht nur festgestellt, dass da die Erdteile gut zueinander passen, sondern hatte schon eine hohe Theorie, wie die Schollen da auf der Erde herumdriften. Hat er aber eben noch nicht richtig den eigentlichen Motor erkennen können. Der eigentliche Motor liegt ja in der Konvektion des Erdinnern. Aber was die allermeisten Leute eben nicht wissen, er kommt aus der Astronomie. Und er hat im 1905. Astronomischen Recheninstitut und wir unter dem Namen den Direktor des Instituts, Herrn Bauschinger, und zwar mit über eine Dissertation die alphonsinischen Tafeln für den Gebrauch eines klaren Rechners. Damit ist natürlich nicht ein Computer gemeint, sondern es war damals gemeint Mensch. Die alphonsinischen Tafeln stammen, wurden einen Auftrag gegeben sozusagen von einem König, Alfons X von Kastilien, beruhten noch auf dem Ptolemäischen Weltbild und sind unheimlich kompliziert. Weil zusätzlich zu Ptolemäos wurden immer weitere Epizypen, sogenannte Exzenter, eingebaut. Also die Theorie ist wirklich für jemanden... Wurden Sie 16 Jahre Direktor? Wie ist der Bauschinger? Wie ist der Bauschinger? Bauschinger. Ah, okay. Klar. Der Bauschinger in 1909 war einer der wenigen, der einzige Direktor, der nicht involviert wurde oder verstarb. Der ging als Direktor der Straßburger Sternwarte nach Straßburg 1909. Er war Süddeutschland, fühlte sich offenbar da wohler als in Berlin. Ja, also das war die Aufgabe von Herrn Wegner, also diese alphonsinischen Tafeln sozusagen so aufzubereiten, dass ein normaler Mensch damals die dann verwenden konnte, um Vergleiche mit normaler Himmelsmechanik durchzuführen und zu sehen, wie gut oder wie schlecht waren die. Aber Herr Wegner ist dann aus der Astronomie ausgeschieden. Er hatte keine Aussicht richtig auf die Stelle und so. Dann ging er zuerst zur Meteorologie und dann zur Geophysik. Herr Wegner hat dann ja auch, viele kennen ihn auch als Polarfolger, er ist ja 1930 in Grönland umgekommen, an der Grönland-Expedition. Und heute ist das zentrale Institut in Deutschland für Polarforschung. Ich glaube, in Bremenhaven heißt es Alfred-Wegener Institut für Polarforschung. Also das Institut ist ganz stolz, er ist mir gut, dass Sie in der Vorbereitung haben. Weil mein Doktor auch immer gesagt hat, Sie müssen sich natürlich beispielen. Jemand sollte nicht traurig sein, wenn ich gleich Ihre Dissertation weltberühmte. Man sehe ja, dass Sie nach ihm deutlich später gucken wollen. Ja, jetzt zu den Arbeitsgebieten. Wenn Sie mir jetzt einen Augenblick gestatten, nehme ich nur einen Schluck von meinem Tee, damit ich jetzt mal reden kann. Das sind die Arbeitsgebiete. Ich gehe hier nur ganz kurz durch. Die sind aufgerüstet in historischer Reihenfolge. Ursprung war eben natürlich die Kalenderproduktion, die wird heute noch gemacht. Dort sitzt der Schmidt, der unser Oberkalendermacher am Astronomischen Recheninstitut ist. Fast 200 Jahre lang hat das Berliner Institut und auch später Heidelberg das Berliner Astronomische Jahrbuch herausgegeben. Das sind die Töte Astronomische Alphabonorien. In 1959 wurde das auf die Internationale Vereinbarung eingestellt. Und seitdem gibt das Institut eine andere Art von Alphabonorien, die APFS, das ist in der Englisch Parent Places of Fundamental Stars. Das Institut war ein Zentrum der Himmelsmechanik und vor allen Dingen eine Zentrale für über 100 Jahre für kleine Planeten. Die ersten kleinen Planeten sind 1800 entdeckt worden, der erste kleine Planet. Und Sarri hatte sich das in das Zentrum entdeckt, ist 1945 dann an die USA verloren gegangen. Ein anderes Gebiet ist die Astronometrie, also genauer Messung von Sternpositionen, Eigenbewegungen, Galaxen. Da war die Spezialität diese Fundamentalkatalogen, die sind produziert worden. In der modernen Zeit sind es die Satelliten, Argos und Gaia, zeigt das in der Bildung. Eine andere Sache war Astronomische Bibliografie, wurde auch vor 100 Jahren betrieben. Erst der deutsche, deutschsprachige Astronomische Jahresbericht bis 1968 und dann die Astronomische Physik Abstrakt bis zum Jahr 2000. Stellardinamik hat das Institut auch schon ab 1925 gemacht. 1925 wurde der Kopf Direktor des Instituts und hat das da eingeführt, weil er selber darauf gearbeitet hat. Intensiv wurde aber erst darauf gearbeitet, als Herr Fricke Direktor geworden. Und als ich kam, habe ich das natürlich noch intensiviert, weil das mein Lieblingsgebiet war. Insbesondere hatte ich auch organisiert, dass wir schon keine Großrechenanlagen mehr hatten, sondern Spezialrechner hatten. Typisch waren diese sogenannten Great Worts. Es ist trivial gesprochen, da ist drauf, dass Newton'sche Gravitationsgesetz kurz fest verdrahten. Dadurch ist das eben blitzschnell und Sie können mit relativ kleinen Computern und diesem Great Worts genauso schnell rechnen, als hätten Sie einen Supercomputer dastehen. Später wurde das ein bisschen verallgemeinert, die sind über den FGPAs und heutzutage sind vermutlich in der Physik, das kann ich nicht mehr, das im Übrigen auch diese Graphic Processing mit Grafikkarten, die wir aus jedem PC kennen. Diese haben eben große Rechenleistung und kosten viel Geld, weil so viele im Markt sind. Auch die theoretische Astrophysik ist eigentlich schon ein altes Arbeitsgebiet des Recheninstituts. 1925 haben wir Leute drauf gearbeitet. Die sind allerdings dann in 30er Jahren weggerufen worden auf Lehrstuhl für Mathematik und dann starbte die Arztophysik wieder ab. Erst 1964 wurde das wieder gelebt. Eigentlich sollte das ARRI eine Abteilung für die Theoretische Astrophysik kriegen. Das funktionierte aber nicht wegen der Finanzierung des Instituts. Das Institut wurde finanziert aus dem sogenannten Königsteiner Abkommen, also von einem Bund und Länder, was dann später Blaue Liste hieß und was heute Leibniz-Institute sind. Und insofern konnte man nicht sowas einfach damit anschließen. Die Uni aber gründete einen Lehrstuhl, der aber im ARRI eingesetzt war. Die Idee war schon, dass es eigentlich eine ARRI-Einrichtung war. Rufen wurde Böhm, Karl-Heinz Böhm, mit Gutachter von der Doktorarbeit schon genannt hatte. Der saß übrigens in dem gleichen Zimmer neben Jetsitze, was sehr klein ist. Für mich hat das Viritus völlig angemessen, aber eigentlich für den Herrn Wöhlen damals nicht. Es träumte sich dann auf das ARRI 1969 vom umgekehrtes Niedag vom ARRI. Heute gibt es viele Arbeitsfelder, auf die Wollte nie eingehen. Nach der Berufung von Herrn Wamskanz Gräbel hat sich die Arbeitsschwecke deutlich geändert. Typische Begriffe bei Herrn Wamskanz sind relativistische Hinseneffekte und bei Frau Gräbel ist immer das Schlagwort Nahrfeldkosmologie an Untersuchung von Alexander in der Nähe. Mein Hauptprojekt in meiner direkter Zeit war dieser Astronomiesatellit Paragos. War eine tolle Angelegenheit und eine reale Thema damals. Wir waren beteiligt an der Aufarbeitung dieser Daten in einem riesigen Konsortium. Der Elementarteilchenphysiker kennt das. Den Konsortium macht große Probleme, weil die Visibility des Instituts sehr gering geflogen. Das war eigentlich immer alles unter dem Schlagwort ESA. Planung rief aber schon ab 1978 geflogen. Der Paragosatelit vier Jahre lang 1993 hat der Log erschienen und das hält 118.000 Sternen mit bis mindestens einer Millibogen Sekunde einer Tausendstel Ohm Sekunde. Was also sehr gutes für Position. Ich sagte schon es schwierig da Ja ich mache drei Schliff. Geht ganz kurz Man konnte selber relativ wenig beitragen aber man konnte so einige Bonnungs machen und für Physiker wollte ich erwähnen dass wir hineingebracht haben sogenannte WIMS das sind Doppelsterne wo eine Komponente flackert und selbst wenn das Teleskop Halt auflösen auflösen kann sieht man das hin und hier hubsen von dem Licht Schwerpunkt und womit ich die Physiker necken wollte war dass WIMS tauchte wenn ich dann diese weekly interacting massive particles die dunkle Materie machen die wollte ich natürlich bisschen auf den Ahr aufnehmen indem wir sagen dass Markus ganz viel Dünns schon entdeckt hätte andere Möglichkeit ist natürlich Polarstern eine sehr genaue Bahn gemacht wo man die erste Massenbestimmung von einem Zephiin durchführen könnte Hauptprojekt heute das aber schon zehn Jahre lang meiner Direktorschaft schon vorbereitet wurde ist Gaia ab 94 hat sich dann auf Unternehmensprobleme und so bisschen bis 2013 gestartet und soll fünf Jahre lang fliegen 2018 und sieht so aus und ist ein beschäftigt ist was mache ich heute Schwergewicht Geschichte der Astronomie ich habe mit meiner Frau die da hinten sitzt elf Bücher geschrieben die Geschichte der ersten Nulli sind alle auf dieser Open Access Plan vom Heidock wo auch unsere Vorträge erscheinen sollten kostenlos zugänglich als Beispiel will ich nennen das Buch von August Kopf über Relativitätstheorie und zwei Briefe Albert Einstein im Archiv August Kopf war zwar 30 Jahre lang Direktor des ARIS war aber vorher hier außerordentlicher Professor Heidelberg an der Landestandwarte tätig war ein Lieblingsschüler von dem damaligen Direktor Max Wolf hat hier viele beobachtet sich aber vor allem mit Relativitätstheorie beschäftigt hat ein berühmtes Buch damals berühmtes Buch geschrieben Relativitätstheorie und vor allen Dingen was bemerkenswertes wir hatten gerade mit Bollmann darüber gesprochen er hat von 1909 bis 1924 hier Vorlesungen über allgemeine Relativitätstheorie gehalten und das ist natürlich insofern bemerkenswert als er das ja sozusagen Herr Böhler bis Löwen getan hatte der Herr Lenert damals Papst der Physik wissen Sie dass der nicht gerade gut auf Einstein der Realitätstheorie zu sprechen war und dass Herr Kopp sich betraut hat das hier zu machen zum Teil waren die Vorlesungen noch für Hörer aller Fakultäten was also natürlich noch eins oben drauf setzte wir spekulieren darauf Sie sehen hier unten meine Frau hat dafür mit einer Anerkennung ein kleiner Planeten heißt jetzt nach hier wir Sie werden sich vielleicht wundern warum das zusammengeschrieben wird das liegt daran dass Namen kleiner Planeten soll ein Wort sein aber nicht das zweiteil Sie hat ja natürlich den Nachteil dass der Roland Bielen schon einen hatte und deswegen musste sie mit der hier hinkommen die Bahnen dieser beiden kleinen Planeten hatten sich aber schon mal sehr nahe gekommen das ich will zeigen nämlich auf der Tagung der östronischen Gesellschaft in Hannover sehen Sie so wohl den Roland Bielen der steht hier hinten und hier und meine Frau sitzt hier vorne aber damals hat es noch nicht gefunkt und mussten noch eine Weile warten es waren sich weiter ich entgegene bei dem Geomet jetzt meine letzte Folie ein weiteres Buch ist in Vorbereitung mit einem reißerischen Titel Astronomische Ephemeriden Navigation und Krieg was soll das bedeuten die astronomischen Ephemeriden sind ja für die Navigation damit alligierten die Kriegsschiffe Luftwaffen damit und in Friedenszeiten wurden diese öffentlichen friedlich freundlich ausgetauscht und das erstaunliche ist aber dass sich weit über 100 Briefe erhalten haben dass dieser Austausch auch während des ganzen Zweit Weltkriegs einfach ungehindert weiterging und zwar über Schweden über die Schokholmer Sternwarte und man wundert sich wie angeblich völlig kriegswichtige Dinge sie erinnern sich dass Ari war extra der Kriegsmarine unterstellt und trotzdem wurden die dann brav ausgetauscht mit den feindlichen Mächten also den richten tieferen Motivation haben wir auch nicht gesehen Soweit also zu den Büchern wir werden immer noch weiter Bücher schreiben in einem unserer Bücher das ist jetzt in den letzten Sätzen zitieren wir hinsichtlich der Schriftsteller und der Bücher Petrarca dem italienischen Dichter und Schriftsteller von 600 Jahren der hat nicht nur so was wie Lügegedichte gemacht der kennt vielleicht alle da an Laura und so sondern er hat auch Essays geschrieben oder ein Essays über den Lünen der Schriftsteller und da schreibt er schon also das Schreiben von Büchern eine ansteckende und unheilbare Krankheit das stimmt er schreibt noch zusätzlich zu den Schriftstellern es gebe zwei Arten von Irren die einen werfen mit Steinen und die anderen schreiben Bücher sie können wo sein wir gehören wir zu zweit vielen Dank das war das was was doch was end mmm yogurt 鐘 boom plotting das IDs b bis bis d b